Schmeckt's? Geht so, zu wenig Pommes. Magst du noch welche? Daran hätt's ja früher denken sollen, Botoxfresse. Du siehst echt aus, als du zu Urlaub in Tschernobyl gemacht. Ich hatte dich ja schon öfter mal gebeten, deine Mama nicht so grob zu beleidigen. Leck mich, was willst du denn dagegen machen, Botoxfresse? Du hast recht. Ich hab dich zur Adoption freigegeben und das ist die Bestätigung von deiner neuen Familie in Weißrussland. Adoption Weißrussland? Willst du mich verarschen oder was? Jason Jeremy, Ich hatte dich ja sehr oft darum gebeten, dass du dich benehmen sollst. Toter an Fresse. Siehst du schon wieder? Sowas verletzt die Mama doch. Mit Adoption geht gar nicht. Doch, mit ganz viel Geld. Und Kontakten, weißt du? Du wirst gleich abgeholt. In zwei Stunden geht der Flieger nach Minsk und dann wird alles gut, also für mich. Und wie gesagt, ich hab dich jetzt über zwei Jahre gewarnt, Jason Jeremy. Und du hast das nie so ernst genommen. Und das ist jetzt die Quittung, Verstehst du? Bist geschockt, ne? Was sagt Papa dazu? Also, von wem soll ich dir ausrichten? Alles Gute? Und das hat dich ja auch gewarnt hat. Du sollst irgendwann mal schreiben, wenn du abends dann aus dem Arbeitslager kommst. Arbeitslager? Ja. Mom? Kein Hunger mehr. Ist doch toll. So im Arbeitslager, weißt du? Nie wieder Schule. Ich muss kotzen.